Entschuldigung, filmen Sie mich? Herzlich Willkommen zu einem neuen Video von Rammstation & Friends. Heute mal etwas anderer Montur. Wir sitzen hier gerade in einem Café, Chito Coffee, Savinia Plaza. Das Café ist ein ganz besonderes Café für mich, weil wir haben es gebaut. Also der Inhaber, Adrian, ist Spanier und Adrian kam vor ungefähr einem Jahr zu mir und hat gesagt, hey, ich will am Savinia Platz einen Café aufmachen. Das catcht mich sofort, weil ich habe ja selber in Spanien gelebt, anderthalb Jahre lang. Und dann saß ich mit Adrian und seiner Freundin zusammen und die hatten schon sehr konkrete Ideen, was sie sich hier vorstellen. Das hat mir im Endeffekt auch wirklich sehr gut gefallen. Und zwar ist es ja so, dass wir traditionelle Küche und traditionelle Delikatessen aus Spanien mit einem modernen Stil jetzt verknüpfen. Ich denke, das ist auch sehr gut gelungen. Wir haben unter anderem Eicheleisten am Tresen gearbeitet, die von oben angeleuchtet werden. Wir haben dazu eine dunklere Arbeitsplatte verwendet aus Räuchereiche, die das Ganze so ein bisschen abhebt. Die Möbel sind grundsätzlich innen immer schwarz. Und wir haben Sitzbänke aus schwarzem MDF hergestellt, die mir persönlich auch sehr gut gefallen, weil die unten abgeschrägt sind. Und die Rückenlehnen davon sind dann wieder in Eiche-Punier. Die Bistrotische, die haben so ein schönes, altes, gusseisernes Gestell und obendrauf eine massive Eicheplatte. Ich finde, das ganze Konzept ist sehr stimmig geworden. Zu alledem haben wir auch die Lichtplanung gemacht in dem Laden hier. Wir haben Adrian beraten, was für Lichter wir einsetzen würden, um dezente Beleuchtung oder punktuelle Beleuchtung zu schaffen und damit Stimmung zu erzeugen in der Räumlichkeit. Jetzt sitze ich hier ein paar Monate später und trinke hier total gerne meinen Kaffee und bin total glücklich darüber, dass wir das gemeinsam abgewickelt haben. Über unser Brands-Netzwerk konnten wir dem Adrian auch eine tolle Firma vermitteln, die dann im Außenbereich die Leuchtreklame erstellt hat oder die Markise anmontiert hat und auch die Beschriftung in den Fenstern. Das kam alles über unser Netzwerk, die Friends. Und im Endeffekt haben wir eigentlich ein ziemlich rundes Beispiel, wie toll so ein Projekt und wie freundschaftlich so ein Projekt laufen kann. Ich komme hier sehr gerne hin und werde jetzt auch erstmal meinen Kuchen zu Ende essen und wir sehen uns beim nächsten Video. Hat mich gefreut. Bis bald. Ciao.